Ach ja, Leute, es ist nicht schön, nach zwei Wochen wieder am Start zu sein, Leute, und immer wieder auf Heif drauf gewesen zu sein und nicht eine Minute Mörder gespielt zu haben. Ja, Leute, die zwei Wochen, die ich kein Video gemacht habe, war jetzt auch auf Heif noch sehr aktiv. Und ja, das wäre ein pektastisches Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Mörder, Leute. Ähm, ja, wieder hier auf Heif, ganz normal. Und ja, bevor dieses Video noch beginnt, möchte ich folgendes noch sagen, ich gab zwei Wochen jetzt keine Videos, das lag daran, ich hatte keine Motivation, irgendein Video aufzunehmen. Ja. Ja, jetzt, wenn es dir einige denken, hör doch auf mit YouTube, wenn du keine Motivation hast für Videos. Ähm, nein. Ich mache Videos aus Spaß und nicht, weil ich es muss. Ähm, und ich habe jetzt seit langem mal wieder Lust auf ein Video. Und das ist Minecraft Mörder. Und wir starten jetzt auch mal gleich rein. Bis gleich, Leute. Das Sturmtief, Sabine, äh, ist auch so langsam weg bei uns. Also bisher ist nur der Wind zu extrem, wenn man gerade aus dem Fenster guckt. Und ja, das war, glaube ich, nicht der Grund, warum ich keine Videos gemacht habe. Nö. Wie gesagt, ich hatte keine Motivation dazu. Ähm, aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder da. Im Wunderschönen Minecraft Mörder, Leute. Haben sich doch einige gewünscht. Mal wieder. Und das war die schnellste Runde. Ohne Scheiße, das war die schnellste Runde. Never war das so schnell. Alles klar, Leute. Warum auch nicht? So schnell kann es gehen. Ich glaube, man kann sogar teilweise hören, dass ich krank bin oder, naja, ans Husten. Ja, das war jetzt die letzten Tage, ich sage es mal so, krank. Möchte man noch hören. Aber das so ist in meinen Videos. Ich bin immer krank. Ha. Leute. So. Oh, jedenfalls Minecraft Mörder, Leute. Wie gesagt, wird es noch. Werf ich noch ein paar Folgen hinterher? Okay, jetzt demnächst. Ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt. Sollte dieses Video heute noch rauskommen, also. Am 12. Äh. Ich kann nicht so sagen, dass es morgen am 13. auch noch ein Video ging. Und so gibt es am 13. zwei Videos. So, dass ich halt das andere halt vorproduziert habe. Ich habe ja jetzt erst mal genug Zeit für Videos. Jetzt erst mal wieder. Und. Wie gesagt, bevor ich es vergesse, ich könnte jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Wäre mega, wenn wir die drei Likes schaffen. Hört sich dämlich an. Drei mit 80 Abonnenten, Leute. Danke dafür. Wir haben mittlerweile 80 Abonnenten. Aber trotzdem drei Likes müssten wir es schaffen. Wenn nicht. Ja, keine Ahnung. Gibt es keinen Mörder mehr. Denn dann hörst du mit Mörder auf. So mache ich es das. Ich hoffe, wir haben keine drei Likes. Gibt es keinen Minecraft Mörder mehr. Doch. Puff. Macht Wort. Okay, bisher lässt sich der Mörder echt Zeit, was es Morden angeht. Oh Gott. Bitte mischt der, bitte lau auf. Lauf dir jetzt hier. Die hat nicht. Ach, die hat nicht. Die sind doch einen Stern benutzt. Schade, Leute. Sonst hätte ich sie gekriegt. Egal. 20% auf Sheriff haben wir vielleicht sind wir jetzt diesmal wieder Sheriff, Leute. Wir gehen mal ins Warehouse. Ne, nicht ins Warehouse. Das ist dämlich. Spaceship. Das cutte ich jetzt ausnahmsweise mal nicht raus. Wenn es wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber wenn es ausnervt. Könnt ihr gerne skippen. Ah, wir sind im Spaceship. Das ist auch geil. Und wir sind uns schuldig. Ich glaube, das ist die unschuldigste Folge, die wir jemals hatten. Nein, ich glaube, wir hatten zu genug Runden, wo wir nur uns schuldig waren. Ne. Sechs vollen Minecraft-Mörder mittlerweile. Keine Ahnung. Das war ne Robles. Ich dachte, das wäre was anderes. Ich weiß, dass der Mörder hier irgendwo in der Nähe ist, aber ich glaube, dass der hier gar nicht da ist. Wie teuer ist eigentlich dieses... 14 Münzen. Äh, das habe ich noch nie gehabt. Es ist viel. Was ich kann das? Keine Ahnung. Ich schreibe es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das macht. Habe ich. Was soll das für nur einfach so ein Bug gerade? Ich dachte, ich habe hier den blauen Streifen an der Seite. Keine Ahnung, ob man das später im Video auch sieht. Keine Ahnung, Leute. Egal. Und es leckt so rum gerade. Ich weiß gar nicht warum. Aber es ist egal. Oh, das Wind nimmt so wieder Fahrt auf. Sabrina... Äh, äh... Sabina möchte noch mal eins reinholen. Die 10 Münzen haben wir. Fehlen noch vier. Yay. Äh, das wäre geil, wenn wir in dieser Folge diese Rüstung irgendwie kriegen, ne? Also, es wird zwei... Okay, jetzt fehlt uns nur noch... Einer. Nice. Und jetzt die Rüstung suchen. Wenn das überhaupt eine Rüstung ist. Keine Ahnung, was das ist. Das wäre jetzt so belastend, wenn wir jetzt sterben. Lauf. Natürlich finden wir diesen Roboter-Typ nicht. Oder keiner weiß, was das ist. Och, oh, komm schon. Also, ich habe die meisten... Wenigstens habe ich die meisten Münzen eingesammelt. Das ist wenigstens etwas. Aber wenn ihr wüsstet, wie ich es gerade in die Kamera geguckt habe, ne? Alter, so, was ich mir gerade gefühlt... Weißt du, bist du 10... Man kann es also sagen, es ist wie ein Stück Kuchen, weißt du? Du wirst... So schnell es geht, das Stück Kuchen. Und im letzten Moment klaut dir... Dein Freund oder keine Ahnung... Deine Schwester, dein Bruder, keine Ahnung... Klaut dir in den letzten... Ich konnte das letzte Stück Kuchen, worauf du dich so gefreut hast. So, wie es mich gerade gefühlt... Ist er Hero Brian? Hey, Hero Brian. Ist er Hero Brian? Mann, dreh dich doch mal oben, du. Otto. Noch ein cooler Merz, Otto. Oh, moin Hero Brian. Lange nicht mehr gesehen, Junge. Moin. Ich habe es ja schon lange nicht mehr gesehen, Hero Brian. Mein kleiner Freund. Äh, ja. Keine Ahnung, was mit mir gerade ist. Mit Let's Like, bitte, Leute. Ich will mal den doof halt. Wie gesagt, wäre geil, wenn man die 100 Abonnenten... Haar... Knacken würde. Wir haben... Wir sind kurz vor... 90, sagst du mal. Wir sind 10 Leute vor 90. Und dann... Komm, wie langsam, aber sicher. Die hat 8. Die hat sie 8 innerhalb von ein paar Sekunden gekriegt. Wie hast du es geschafft? Wie, wie, wie? Im Warehouse... Haben wir die womöglichst letzte Runde. Es wird heute auch nicht so ein langes Video machen. Äh... Ich glaube, es ist wirklich die unzulichste Folge, die es gibt. Ja, nicht, das ist einfach mal so. Ich glaube, ich habe jetzt... Danke, jetzt habe ich... Videoüberschrift. Wenn ihr was fragt, wo heute die Videobeschrift kommt, guckt uns das Video an. Da ist es und da unten ist es, der Mörder. Wir schrauben einfach mal Adidas-Shirt. Ich hoffe, die gemerkt ist. Ach, halb im Klasse. Boah, wir sind bisher auch nicht einmal das... Doch, wir sind einmal... Okay, wir sind das zweite Mal durch die Mörder gestorben. Warum auch nicht? Die allerletzte Runde des heutigen Tages geht jetzt am Start. Und ja... Ich hoffe, wir sterben nicht. Ich glaube, wir sind dieses Mal auch nicht so oft gestorben. Und wir sind so ein Abschluss-Sheriff, Leute. Ach, komm. Ich dachte, so könnte man die neue Folge anfangen, ne? Und ach, komm. Ist das gemein. Naja, egal. Campen wir hier mal eine Runde? Wollte ich mal so... Ich möchte es einfach mal wissen. Vielleicht schreibt es da einer. Vielleicht hat es ja schon... Hat einer den Mörder schon gesehen? Ich weiß, dass es falsch ist. Dass der Typ nicht der Mörder ist. Nein. Ist er nicht. Dieser Alex-Typ ist auf jeden Fall nicht der Mörder. Mir ist es auch relativ egal, wer ich gerade den Mörder den auch umbringt. Mir ist es auch egal, ob mich den Mörder den auch so sieht. Wir haben das schon lange nicht mehr gehabt. Die Mörder getötet, ne? Ich glaube, das haben wir auch schon lange nicht mehr. Vom unschuldigen Creeper zum Sheriff, Leute. Das ist doch krass, ne? Sieben Leute sind doch um den Mörder. Davon bin ich einer. Also sechs. Ich hab den... Ich hab Instance. Ich hab... Ich wusste es einfach nicht. Und ich denk mir einfach nur so... Einfach drauf da. Und ich kill ihn. Warum auch nicht? Das ist eine absolut lüge Folge, Leute. Das muss man echt mal... Das muss man mir lassen. Und gerade davon haben wir geredet, dass wir den Mörder bis einmal oder so... Oder so lange nicht mehr selber getötet haben. Und dann tue ich es einfach random, diesen Shot rausholen. Das ist so geil. Einfach random, Leute. Das mache ich jetzt immer. Ich ziehe es einfach random als Sheriff einfach jeden an. Aber ich glaube, das war auch eher Lack oder so. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr es... Findet. War es nur Lack oder war es einfach nur... Gutes Können, weil ich dafür einen Riecher habe, den Mörder zu finden. Leute, nein, Spaß. Ja, lasst jetzt mal... Lasst jetzt einen dicken Daumen nach oben da. Für mehr Minecraft Mörder. Und ihr wisst es. Drei Likes. Sonst gibt es keinen Mörder mehr. Und bevor ich es nochmal ganz komplett vergesse. Bevor ich diese Aufnahme komplett verkorkse. Könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Um nichts mehr zu verpassen, noch mal gerne die Glocke aktivieren. Damit ihr immer erfahrt, wann meine wunderschönen, langweiligen Videos kommen. Ja. Und dann sage ich jetzt immer danke fürs Zuschauen. Haut rein. Und jetzt ciao. Leute. Das war's. 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 Das war's.